Diesen Herbst Ultrasoldier Ein Ultrasoldier? Ich will ein Ultrasoldier sein Er war ein gewöhnlicher Mann Der einen schrecklichen Unfall hatte Doch moderne Medizin macht es möglich ihn zu erneuern Moderne Medizin? Das ist jetzt! Schrecklicher Unfall Moderne Medizin Erneuern Ultrasoldier Ja! Okay, du siehst zwar ein bisschen mitgenommen aus Aber es sieht aus, als wäre alles in Ordnung Mist! Es sieht aus, als wäre es gebrochen Oh warte, es ist nur ein Haar Alles in Ordnung So wirst niemals ein Ultrasoldier sein Aber moderne Medizin Moderne Medizin kann dir nicht helfen Hör auf damit, hör auf damit jetzt sofort Du bist kein Ultrasoldier Du bist nichts besonderes Geep out 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 Mann, das sieht verdammt schlecht aus. Gut, dass Zukunftsmedizin ihn erneuern kann. Stärker als jemals zuvor. Halbmann, Halbmaschine. Er ist nicht krankenversichert. Na dann?